Ja, weißt du, ich hing da halt so und dachte mir dann so, ja, okay, nehm ich halt Vivi und dann dachte ich so, nee, Vivi klingt, als wäre sie alleine, das ist auch scheiße. Äh, iTunes, du bist so gestorben. Ja, das war ich auch, als wäre sie alleine. Ich war Lava mit Holla die gesamte Zeit über den Holla getötet. Deswegen, ich hatte ja den Jackal schon eingekauft und ich hätte mich nicht umgebracht. So, neue Runde, Freunde, wir sind wieder drin. Warum? Gewinner, Scream für die Erste. Kragt euch einen in die Kanalwette. Laura, grüß dich, schön, dass du da bist. Okay. Okay. Alright, let's just go. Okay. Die feine Katze liegt oben bei, oh Gott, ich, ähm, da wo man die Planeten abschießt. Weapons. Tut mir so leid, ich hab wirklich schon so lange nicht mehr kennengelernt. Du kannst rechts oben auf die Karte klicken, dann siehst du wo du bist. Ah, okay. Weapons. Und ich bin eben gerade noch in Navigation gewesen, da waren auch noch zwei Leute gerade, die hab ich da zurückgelassen. Ja, Tim Horus und mich hast sie zurückgelassen. Genau. Und davor waren glaube ich noch Sakuri und ich glaube noch zwei weitere auf der rechten. Dann muss ich wohl tatsächlich Smeggy rausnehmen, verdammt. Was? Ja, der war mit mir in der Elektriker gerade. Ich baue eine Elektriker. Das hab ich nicht gesehen. Ich bin gerade in der Elektriker rein spaziert, aber ich hab noch keinen gesehen. Smeggy hab ich auch gesehen, der Elektriker. Der ist ja in deiner rechten Task. Also wir waren ja noch mit Jeff in Navigation, ne? Wo genau liegt die Leiche? Direkt da, wo man die Task macht. Bei Weapons. Nein, nicht die beim Band, also die Weapons Task richtig. Ja, also Jeff war noch mit mir in Navigation. Bup, 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 bup. Ach, der war noch da. War Schein noch da? Nein. Nein, nein, wir beide noch. Ich war relativ lange AFK und dann bin ich Richtung Mad Bay gelaufen und kurz nach dem Flash kam mir Holler aus dem Mad Bay entgegen. Also denke ich mir, Holler hat den auch nicht machen können. So. War Mad Bay. Richtig, und ich war halt erst AFK. So. Ja. Sorry für eine Katze, wir werden deinen Mörder nicht. Wissen wir, wie lang die Leiche da ist? War doch ja Flash, oder? War doch Flash, oder? War ja vielleicht wegen wie ein... Da war ein Flash. Ja, ja. Zehn Sekunden und keiner war da. Dann Raffi Kettler. Weiß neutral oder ist weiß... Neutral. 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 Ich bin direkt nach der Flashlight hochgelaufen. Also der Weg quasi von Navigation zu Weapons ist die Zeit. Ich hab mich schon gewundert, was das denn was war. Ich hab dich auch nicht verstanden. Hallo Nani, Uli. Cool, aber gut, da kann ich das personally dafür herausnehmen... Wir haben uns da im Moment... Äh, jurah keck werde ich so machen, ja? Okay. Weil, äh, sonntags Madison zu spielen ist Suffern, glaub ich n bisschen doof. Oder? Weil die Leute früh schlafen müssen, oder? Weil den nächsten Tag arbeiten... Vom nächsten Tag arbeiten? Hallo, Ene, 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 Soß. Ene. Ene. Es könnte der Alucard sein. Jefferson nach unten. Jefferson. Jefferson, er läuft Main-Tire. Aha. Die ist geplatzt. Und ihr vier könnt nicht der Warlock sein. Wo ist sie geplatzt? Oh, Sakurien, da kann auch nicht Warlock sein. Dalu stand gerade verdächtig rum. Nee, das ist mit mir dann gelaufen. So ungefähr die letzten fünf Sekunden. Ja, und die letzten fünf Sekunden bin ich schon wieder losgelaufen. Ich stand an der Kamera. Na gut. Und da hätte ich mich sicher nicht hingestellt. Da standen da Shorty, oder? Ich war da. Nein. Shorty, Shoshi, Shelly. Oh, und Maleros. Maleros nicht sterben, das passt nicht dazu. Shorty, Schorna, Shelly, das passt. Oh, stimmt. Uh. Also Maleros, die Leiche ist da an euch geplatzt. Und dann seid ihr alle im Kreis gelaufen, bevor ihr reportet habt. Ja, wirklich sind wir auch. Alle, alle, alle. Die ist an mir geplatzt, da waren die alle in der Task drin. Und dann hab ich kurz gewartet, bis die aus der Task rauskommen. Und dann haben sich alle wegbewegt. Und dann hab ich reportet. Wir, können wir von Warlock, also der Thief würde sich selber auch töten. Genau, es könnte auch ein Sheriff oder Thief gewesen sein. Aber ich bin jetzt einfach mal von Warlock aus gegangen. Wer war da? Warum soll der auch nicht schießen? Ja, aber was ist, wenn derjenige eine Ahnung hat, auf wen er schießen wollte? Was für ein Einhorn holst du gerade? Aber hatten wir, hatten wir, nee, aber hatten wir jetzt irgendwie der Zasma aus der letzten Runde? Nö, oder? Aber ich hatte auch schon Mutabstand für den anderen, ne? Also der hat schon, wer war schon gezielt ich, wenn dann? Das war nicht so aus Versehen wie Falschen oder so. Also für den Kill oben an Items kommen meiner Meinung nach gar nicht so viele Leute in Frage. Wer denn? Erzähl mal da, Lu. Ich bin jetzt auch richtig investigativ. Also ich hab mich in der ersten Runde die ganze Zeit gefragt, wer Tim Horus ist und warum er mir die ganze Zeit hinterher rät. Dann hab ich feine Katze und ich glaube, Smaggy, das weiß ich aber nicht, das ist komplett an der Beigezogen. Nee, der war bei mir die ganze Zeit. Ja, dann feine Katze und X standen an Asteroids. Tim Horus hat mich verfolgt nach unten, wir gehen nach oben, wir gehen nach links, Licht geht aus, Flash. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das hinter uns war. Das heißt, da ist nicht viel gewesen. Warlock ist eine potenzielle Möglichkeit dafür, aber dann hätte ja die andere Person reporten müssen, weil die ist ja dann gestorben. Aber das Licht war aus, das Licht war aus. Aber du kriegst doch den Report-Button, siehst du doch. Du guckst auf deinen Monitor. Ja, aber wenn du so richtig in der Run bist, um deine Tasks zu machen, weißt du? Äh, nein. Es könnte auch ein wilder Sheriff-Play gewesen sein. Ich bin mir, also der erste Kill, da sind nicht so viele. Also es ist, äh, es ist, also... Also, ähm, prinzipiell könnte ich jetzt schon in Dalu Card reinschießen, weil ich glaube, er ist böse. Er ist bei dem ersten Kill wieder nach oben gelaufen. Also war da jetzt prinzipiell schon sehr in der Nähe. Und jetzt gerade mit dem Warlock-Kill, also könnte sein, dass der Warlock ist halt, ne? Ähm, werde ich aber jetzt so schnell nicht machen. Hallo Mega-Mode, grüß dich. Werde ich jetzt nicht so schnell machen, aber könnte ich jetzt theoretisch... Also ich denke, er, äh, also ich denke, prinzipiell denke ich, er ist eher Killer, als dass er nicht Killer ist, okay? Aber ich bin mir halt noch nicht komplett sicher. Hm. Ah, jetzt habe ich nicht gesehen, wer rechts oben ist. Oh. Oh, ich habe was... Ich habe was Graues... ...reportet. Ich glaube, es war Dalu und der ist in Storage unten beim Müll. Tot. Und wir wissen, wie die andere Leiche ist, die quasi in Edmund... Also eigentlich fast auf dem Vent. Ja. Und dann sind die ja nicht weit auseinander. Aber hast du irgendwas gesehen, Shorty? Ich habe nur noch mal drauf geschaut, wo die Leute waren. Ähm, ich habe ein Richtung Storage gesehen. Ich glaube, drei Richtung Electric, wenn ich mich nicht irre. Wir drei in Edmund. Und die anderen weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube, linke Seite. Ich glaube, rechte Seite war nicht so viel, glaube ich. Könnte das ein Vampire gewesen sein? Ich weiß nicht. Als ich da reinkam, lag die Leiche da schon, wenn du das meinst. Ja, weil ich war nämlich am Upload. Ich habe halt gar nichts gesehen, deswegen... Smegi, von wo kamst du? Weil du bist gerade bei Mad Bay langgelaufen. Ich war in Camps. Ähm, ich kam über Cafeteria. Ja, das ist mir schon klar. Aber wo warst du da vor, in welchem Raum? Storage. Ich bin... Aha. Julie. Ich bin mit Julie über... Schon ewig her. Das stimmt tatsächlich, aber... Ja, ich bin ja da langgelaufen. Ich bin mit Julie von Navigation runter, habe Shields-Task gemacht. Ich glaube, Shati war auch da, dann bin ich hochgelaufen. Ich bin... Irgendjemanden an der Tür von Cafeteria... Äh, von Office entgegengelaufen. Bin nach oben, links rein und dann sind die Türen zu. Jetzt warte ich um, bis ich ein kann. Das müsste Flass gewesen sein, der der entgegengekommen ist, in der Office-Tür. Ich weiß es nicht mehr. Also am Müll und in Office liegen die beiden? Ja. War ich auch in der Nähe, weil ich war... Aber wenn du in den Camps warst... Ja. Sorry, erzähl. Ich war in den Reagenzgläsern, bin dann runtergelaufen, Richtung Storage, habe aufgetankt, mein Kanister. Bin in Electric rein, da waren Malöres und... Wer war da noch? Shoshi? Electrical haben wir doch das dritte, oder? Ja, 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 genau. Aber... Ihr beide habt das Licht gefixt, ich kam da rein, habe meine eine Task gemacht. Richtig. Richtig. Also als ich reingelaufen bin in Admin, war die Kamera an. Die müsste eigentlich... Also eigentlich auch sagen können, wo die Leiche gewesen hat und dass ich halt später kam. Ne, habe ich nicht gesehen, sorry. Herbert, du siehst doch alle Kameras gleichzeitig, oder nicht? Ähm, ne, der Security... Äh, Leute, ich bin Snitch, wenn mich jemand umsticht, ne, wüsste Bescheid. Danke. Okay. Lauf hin. Er muss ja hier lang gelaufen sein, ne? Ah, ist er nicht hier lang gelaufen. Ich wollte ihm jetzt folgen. Okay. Okay. Ich wollte ihm jetzt eigentlich folgen. Warum bist du als Tim Horus verkleidet? Einfach so aus Spaß. Ich bin sein Begleitschutz. Ich bin sein, äh, seine Leibwache. Ist das geil! Wer auch immer... Da war hinter uns gerade noch eine Leiche, ne? Ja. Ja, ja, ja. Du bist nicht tot, Lesk. Shorty wollte mich, äh, aufmampfen. Wir haben noch einen Jackal und einen Impostor drin, ne? Der erste malöresten Save. Und Shorty ist mir hinterher gelaufen. Wild geworden. Aber ich hab'n, ähm... Ich hab'n Verteidiger. Juhu. Juhu. Ja, ein Verteidiger. Ja. Der erste. Haha! Genau! Danke. Wo sind denn die Killer? Ja? Schon beim Fußball war ich immer der rechte Verteidiger, Freunde. Ich war links. Oder auf der Bank. Lesk, wo sind denn die... Die letzten zwei Minuten rein. Ähm, der Jackal ist gerade von Storage Richtung Lower Engine gelaufen und, äh, Impostor war noch irgendwo Storage oder Admin, glaub' ich. Wer war bei mir gerade links, äh, beim Reaktor? Juli? Ich. Ich, Shelly. Nee. Shelly. Ja. Mach gerade bei Electrical, also drunter. Ja, da ist der Jackal gerade, Juli. Ja, dann habt ihr mich gerettet von ihm. Hm. Leute, ich hab das beste Alibi. Ich hab vorhin den toten Dalu reportet. Das heißt, ich bin's nicht. Hm, hat mich voll abgeholt, Juli. Ja. Volle Kanne. Ja. Volle Kanne. Nein, wirklich. Ich bin sehr hilfreich für euch. Also wenn Jeff und Shelly hier nicht gerade zusammenspielen, Nee, nee. Dann ist es zwischen Juli, Sakuri und Smeggy. Ich bin safe. Äh, ich bin, ich bin an der Weapons-Task. Ich hab aber gesehen, wie Sakuri, äh, vor ca. 5, 6 Sekunden runter zu Shields gelaufen ist. Hm, Smeggy würd ich rausnehmen. Und Shashi war bei ihr. Oh. Hast du jetzt schon die Pfeile? Jaja. Was für nen Imposter-Rollen gab's denn? Wissen wir irgendwas? Warlock. Morphling. Sorry, also Sakuri ist... Nee, nee, Morphling war Shorty. Sprich, Sakuri müsste ein Warlock sein und Juli müsste ein Jackal sein. Ich bin aber nicht böse. Nein, ich bin nicht böse. Ach, weiß ich ja nicht. Tut mir leid. Ich helfe der Crew ganz schön viel die ganze Zeit. Kann ja auch sein, dass... Glauben wir eigentlich, Smeggy, dass du um rechts bist. Gute Frage. Für mich. Ich weiß es nicht. Ich seh's ja eh gleich, ne? Und irgendjemand muss mich vor euch abstechen. Au, 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 au. Okay. Was ist passiert jetzt so? Maloris hat wahrscheinlich reingepässt. Oh, Sakuri! Ey! Au revoir! Das merk ich mir. Au revoir! Ich hab dich nicht gewollt. Sakuri! Welche Berufe sind am besten? Alchi ist gut, ne? Schmiede kurz. Schmiede kurz. Ey, ist glaub ich echt... Wir ziehen durch jetzt, Freunde. Wir ziehen durch. Jetzt gleich, Freunde, jetzt gleich wird gekillt. Komm, töte ihn. Töte ihn. Nicht mich! Töte ihn! Warum denn mich? Ist das ne Sau? Töte doch, Vlesk, damit ich dich töten kann. Die hat uns angesehen. Das ist ne wunderbar. Nein, 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 nein. Vlesk ist nicht die Snitch. Hallo, YouTube! Mit dir, Smeggy. Ich sag euch, wie es ist. Ich bin die Snitch gewesen. Habe mit Maliris meine Rolle... Wo denn los? Wahrscheinlich hat Maliris Vlesk versucht zu gessen. Vlesk erzählt gerade komplett Humbug. Er kann aber die Snitch nicht mehr gessen, wenn die Snitch sind. Ich hab Smeggy kurz mal... Warte. Ich hab Smeggy kurz mal im Warteraum geschoben. Das hört mich gar nicht an, ey. Warum hast du mit dem Kumpel? Ich hab die ganze Zeit versucht, Mietchild zu spielen. Nein. Nein, nein, aber das ist falsch im ganzen Moment. Hat er denn nicht aus dem Channel gekickt im Discord gerade? Vote bitte, Vlesk. Ich habe in Maliris meine Rolle gewechselt. Ich vertraue Shelley, was sie sagt. Also, nach meiner POV, was ich gesehen habe, hat Smeggy eiskalt noch reingestochen, weil er noch euren Kill mitnehmen wollte. Nein, guck mal. Ich sag dir warum. Weil es gab noch zwei Kinder. Ähm, und zwar war das Terste und Vlesk. Ach, jung ey. Hundertprozentig. Weil er hat... Wenn das durchkommt. Ähm, ich bin Sheriff. Das wäre bodenlos, wenn das durchkommt. War vorher Deputy. Ach, Junge. Du bist eine Sau. Ich hatte mit... Also, ich habe mit Maliris die Rolle getauscht. Ich war am ganz Anfang mit Snitch, habe mit Maliris meine Rolle geswappt und hatte dann die Rolle. Das klingt sehr einleuchtend. Deshalb hat Maliris mich nicht einmal in eine Sass geworfen. Das klingt sehr einleuchtend. Das klingt sehr einleuchtend. Vertraue mir bitte. Weil das klingt so einleuchtend. Also... Hilfe. Ey, Vlesk hat euch geblägt. Maliris hat gerade am Ende noch versucht, auf Vlesk zu gästen, weil Vlesk ein paar Rollen genannt hat. Also, Vlesk hat plötzlich mich gesasst vorhin, ja? Das war nicht... Das ist korrekt, weil Smeggy gelogen hat, Julie. Aber du grinst grad voll. Du bist nur gesasst worden, weil Smeggy gelogen hat, Julie. Julie, bitte Inter nicht rein. Julie, das macht keinen Sinn. Das spricht nicht für dich. Julie, wir dürfen jetzt nicht nachtragend sein, glaube ich. Doch, doch. Doch, doch. Julie, bitte nicht. Okay, wer... Wer swappt hier? Brutal. Hallo, YouTube! Brutal. Und? Ich nutze mich nicht so räulig. So ein ekelhafter, weißt du, die ganze Zeit... Maggie, verarscht uns hier alle. Gute Geschichte, Smeggy. Gute Geschichte, auf jeden Fall. Die war sehr kreativ. Vlesk, hast du noch gesehen, wie Shorty als ich gemorpht an mir vorbeigelaufen ist? Ja, ja, ja. Ja, hast du noch gesehen, okay. Ich wusste nicht, ob das in deiner Vision noch drin war. Ich dachte, du hast drauf geschossen. Oh mein Gott, Terse war auch noch Sheriff. Ach doch, du hast ja. Ich hab sie gekillt, weil ich auf einmal meinen Charakter neben mir nochmal gesehen hab. Ja, ja, ja. Du hast doppelt gesehen, erst mal geschossen auf dich selber? Dann hab ich mich selber erschossen, ja. Terse, niemals eine Waffe im Spiegelkabinett geben. Das ist wahrscheinlich jeder aufgekommen, als ich gesagt hab, ich bin Snitch und Shorty mir einfach hinterhergelaufen ist über die halbe Waffe. Das Ding ist, hätte ich das vorher gerafft mit dem Leder Pfeil, hätte ich dich auch einfach guessen können, aber ich bin echt so raus aus dem Game. Also ich hatte vorher schon die ganze Zeit diesen Pfeil gesehen und hatte einfach keine Ahnung, was das bedeutet. Ach so, ja, aber da hatte ich mich ja noch nicht verraten an der Stelle. Ja, genau, in den letzten drei Sekunden meinst du ja, du bist die Snitch und dann dachte ich so, ach, wie kann das sein? Dann war's halt schon so spät und hab ich's nicht mehr so schnell gefunden. Ich hab's bei null gesagt, damit du nicht guessen kannst. Keine Zeit, ja. Und die Einzigen, die mich gesehen haben, waren glaube ich Shelly und Shoshi oder so in Admin. Ja, okay. Ich bin da schon relativ selten gewesen. Bestimmt, ich hab dich da wirklich gesehen. Deswegen mein ich ja so, hm, wenn du nicht den Kill da irgendwie hast liegen lassen, dann musst du tatsächlich Snitch gewesen sein und bist einfach gespeedrunnt. Ich hab's richtig unangenehm. So, Freunde. Hallo YouTube. Ich grüß euch, ne? Schön, dass ihr das Video euch angeguckt habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Freunde, wenn ihr supporten wollt, lasst einmal kostenlos ein Abo da und schreibt mal einen lieben Kommentar für euren lieben Tersti. Ne? Würde ich mich sehr drüber freuen, okay? Vielen, vielen Dank für den ganzen Support hier auf YouTube. Ich freu mich, dass die Videos so gut... Wie wär's denn, wenn du mich mal am Arsch leckst? Junge, das kannst du doch nicht in der Abmoderation vom YouTube-Video machen. Was soll das denn? Jetzt bin ich ja komplett raus, ne? Danke, Kegforce, an der Stelle, ne? Junge, das gibt gleich erstmal ein Timeout. Ja, ich bin raus. Freunde, danke fürs Zuschauen, ne? Bis zum nächsten Mal.